so zurück bei portal jetzt dem let's play beim dritten part und der beginnt sofort damit dass wir in den fahrstuhl einsteigen um nach unten zu fahren damit wir diesen wunderschönen ladebildschirm sehen können und immer noch ladebildschirm naja naja so müll danke dieser test umfasst die abitur science katapult plattform man wollte damit herausfinden wie testsubjekte probleme lösen können während sie ins alle katapultiert werden das ergebnis notete gar nicht also dann viel glück was ist das denn da ok das sind die heute katapulte ich katapulte immer dahin wo halt dieses symbol ist da ist ein spender ok kriegen wir kriegen wir nicht wartet kriegen wir kriegen wir kriegen wir kriegen wir ja so wohin der wird so was du atmest übrigens keine echte luft es wäre viel zu teuer sie hierher zu befördern wir nehmen nur das co2 aus dem raum frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück du atmest also für den rest eines lebens dieselbe luft interessante geschichte oder oh man was ist wenn ich blähungen habe haha darüber hat sie sich keine gedanken gemacht ja die gleiche luft naja wenn wirkt anscheinend also sieht nicht so als würde es mir nicht bekommen was gibt es im nächsten test oh katapult plattformen na dann viel spaß beim sorglosen durch die luft segeln ich muss jetzt in den ehemaligen glasvögel und 15 hektar glas scherben aufsammeln ganz alleine oh hier gegen und krill nee gar nicht ich kann fliegen ah ich fliege hier und das da rauskommt wie das hier drauf oh das geht doch schneller hier so oh entschuldige ich reinige gerade noch die testkammern manchmal findest du dort noch müll nutzlosen stinkenden abfall meide möglichst den müll der auf dich zu rast du musst nicht mit dem müll testen es ist nur müll drück den knopf nochmal tschüss mel cool 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 fall wüffel fast ne meisterleistung 萬 x 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 Wie ein Baus. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Ich bin Müll. Ja, ich fand das schlimm. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Herzwürfel. Wetter geht auch kaputt. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Oh, richtig krass. Das ist alles, was so kaputt ist. Aber dieses kaputte sieht auch wieder extrem gut aus, ne? So, ich muss nach da hin. Gewürfel, oder? Oh, shit. Boah. So, ich würde was sagen. Das war gut. Ich sehe ein kaputtes Emanzipationsfeld. Das muss ich ausnutzen. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Doch. Nee, du gehst kaputt. Bleib da. Tschüss, tschüss, höfst tschüss. Oh, der war so süß. Ach, es gab schon ein Portal 1. Da war genau die... Ja, nicht die gleiche, aber eine ähnliche Testkammer. Und, äh, ja. Doch, ich will so... Okay, nehm ich mit. Muss man ja machen. Gerade bei... Hallo, das war ein Herzkuhl. Herzkuhl. So. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Weißt du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Hehe. Okay, mach ich. Ähm. Dann muss der Laser rein. Okay. Dann kommen die Würfel raus. Ah, okay. Ich weiß schon, hier. Hey. So. So. Dann kommt er aus. Und wieder ein Aufzug von Aperture Laptories. Was? Nö. So. Teil 3. Die Rückkehr. Komme ich da nicht drauf? Nichts, ja, was? Nicht, wer? Ich will nicht zermatt, wenn ich beschimpfe. Ah. Hey, hey, ich bin's. Mir geht's gut. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst du es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, dass wir... Hm, die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Sarkasmus. Welcher Vogel ist das zu fassen? Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Was? Ähm... Was ist da hoch? Ne, zuerst muss ich... Da hin, okay. Habt ihr grad gesehen, oben rechts, der Step Mania. Der Mike. Den ihr alle kennt. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Nein. Ach, Mann. Dann halt eben auf die normale Rutschruhe. Ja, ein Helikopter. So. Ähm... Oh. Ist ja hier jetzt noch hoch, ne? Fällt mir grad so ein. So. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Oh, oh, oh. Also, äh... Naja, ist besser als böser Mensch. Irgendwie. Aber auch irgendwie nicht. Und immer noch sehr viel Müll. Woran hängt das Ding eigentlich? Ach, gar nichts. Das hat hier so Schienen. Ah, okay. Aperture Laboratories. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Nein, danke. Ja. Gib mir her. Böser Mensch. Böser Arm. So. So. Weiter geht's. Mach da hin. Okay, und so ein... Entmutigungsumlenkwürfel. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. So. So. Ja! Ich wusste, dass wir hier eine Würfel brauchen. Ich wusste es. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Danke. Das heißt, ich bin gut. Ja, ein bisschen Soundpack, aber das ist normal bei den Ladezeiten. Das ist auch schon im ersten Teil so ein bisschen die Frame-Einbrüche bei jedem Spiel. Leider so. Immer bei Ladezeiten. Aber ich vergeb euch Spiele. So, ich würde mal sagen, ich gucke mir jetzt die nächste Testskammer noch an. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Ich würde mal sagen, dann geht es in der nächsten Folge weiter mit diesen Lichtbrücken. Viel Spaß. Achso, nein. Doch, viel Spaß mit der nächsten und dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns am nächsten Mal. Ciao.